Ich habe jetzt 3-Power-Effekt. Uuuuh. Der F2-Außen ist anders physisch nicht schlecht. Ja, aber für Entfernung ist sie schon ein bisschen blöd. Ja, das stimmt. Mal zugegeben, die Waffe, sie verzieht kaum, aber sie hat ziemlich kleinen, dummen Rückstolz, den man schlecht kontrollieren kann auf Entfernung. So gut wie gar nicht, weil sie so schnell schießt. Ich glaube, das sind 2. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die sind bei der 2. Das ist ein schlechter Wins. Ja, ich sag dir, das ist so ein schlechter Wins. Der hat 3-Hits gefressen von 620 Schaden. Ripper, 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 zurück. Zurück. Hier bin ich, hier bin ich hinter dir. Ja, ich weiß doch, ich kann ihn nicht sofort wieder überleben. Ich habe auch nur 100 Punkte. Nein! Er hat mich gemässert. Und die denn mit dem Katana? User joined your channel. Wieder da. Gewonnen. Schön. Irgendwas ist an dem Katana da nicht legal gerade. Nein, das Ding hat übelst die Reichweite. Wer ist gekommen? Keiner ist gekommen. Achso. Was ist hier los? Erstes Blut. Nice. Habt ihr die auch schon bekommen? Black Dragon, are you in? Ich glaube, ich schloss mal den Zweifer von hinten. Nehmen sie alle von hinten in die Richtung. Ja, ich komme von vorne. Die sind bei der 2. Die haben die Bombe geplantet. Ich habe zwei Stück. Einer ist noch da. Ja, sehr schön. Ach, Mann. Na, kommt der raus. Nice. Boah, der fucker. Ich habe immer noch keinen Kill. Ich habe auch keinen Kill. Ich habe auch keinen Kill. Wir kommen hier. Wir sind alle bei 1. Erstes Blut. Zweites Blut. Wo sind sie? Geh zu deiner Mami. Wir sind alle bei der 1. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ehemal der Cleaner da hinten. Beast Mode. Beast Mode. Das ist der Clean Mode. Der Clean Mode. Oh, verdammt. LOL. Was für eine Scheiße. Wo sind sie? Wo sind sie? Schick sie zu mir. Da kommt einer von der Seite. Da, wo der rote Rauch ist. Die Bombe liegt bei 1. Alle zu 1. Die Bombe wurde aufgehoben. Als ob sie gegen die Bombe leckt. Elemeiert dieses Turck. Urk! Ruks! Irgendwärme! Schleif Kapitana! Messer, ich war zu blöd. Aber mit, er hat bestimmt hier nur noch Binger es durch. Jaaaaaa! Es braucht noch einen Platz. Nein. Das war der Bombenmann, glaube ich. Kommt da noch einer. Oh, das ganze Dieb. Du machst den Blendenkannad hin. Blendenkannad nicht geschmissen. Ja, sehr schön. Nein, ich wollte Katzen wieder überleben. Gehen wir zu zwei. Alle. Ich geh übermitte zu zwei. Geht ihr hoch? Ja, ich komm mit. Kommt einer ganz rechts außen mit? Da würde ich schon gerne laufen als ein Shotgun-Tipp. Ja, und ich bin einer von der Shotgun-Sorte. Ich blende die Bombe. Ja, gut, oder? Äh, geplantet. Äh, geplantet. Ganz der gestaucht. Wann laufen jetzt alle von der Bombe weg? Nein, soweit ich eigentlich höre, laufen sie von der Bombe, woher noch viele denn? Ja sicher! Ah, er hat mich geholfen! Was ist anders? Ja, schön! Hast du den gehört? Der ist nämlich zur Bombe gekrochen! Ja, aber gekrochen? Ja, aber sobald er anfängt, die Bombe zu entschärfen, bin ich ja sofort da, das hört man ja klar! Guck mal, jetzt sind wir... Hacker-Clan! Uhuhuhuhu! Schreib mir gut, süß! mit ZD 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 ZD